Hallo und herzlich Willkommen in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie italienische Gerichte aber glutenfrei. Denn wir machen die beliebte Lasagne allerdings nicht mit Nudeln, weil es ja glutenfrei sein soll und auch etwas low carb und deswegen machen wir eine Kohlrabi Lasagne. Dieses Rezept ist aus unserem Wunderkessel Forum von unserem Forenmitglied Mika Maus Plus. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich werde das jetzt für euch die ihr das noch nicht probiert habt ausprobieren, denn es klang unglaublich lecker und sehr sehr spannend. Ist ein kleines bisschen aufwendiger vielleicht aber das ist Lasagne ja im Allgemeinen. Außerdem haben wir noch eine Variante eingebaut, denn im Ursprungsrezept wird das Hackfleisch in der Pfanne angebraten. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich sage dann gleich entsprechend was dazu wie man das dann ja in der Pfanne machen kann. Aber wir haben eben entschieden wir versuchen das komplett alles im Thermomix zu machen. Ich gestehe ich liebe Kohlrabi was meine zwölfjährige Tochter bis heute noch nicht verstanden hat. Aber ich finde Kohlrabi super. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal ein Scheibchen gegessen. 4 Kohlrabi waren das gewesen so mittelgroße. Die haben wir in Scheiben geschnitten. Ihr könnt die natürlich auch mit dem Hobel hobeln was weiß ich. Da gibt es ja tausende Geräte mit denen man das machen kann und diese Kohlrabi Scheiben kommen jetzt in unseren Varoma. Es steht jetzt im Rezept auch nur in den Varoma. Ich überlege ob ich da den Einlegeboden noch dazu nehme aber ich glaube das funktioniert. Das wird ja nachher eh alles noch mal im Ofen gebacken. Diese Kohlrabi Scheiben ersetzen quasi die Teigplatten also diese Nudelplatten zwischen den einzelnen Schichten in der Lasagne. Den Kohlrabi müssen wir jetzt natürlich dünsten. Dazu 500 Milliliter Wasser in den Kessel einfüllen. Deckel drauf und Varoma drauf 15 bis 20 Minuten etwa bei Varoma Stufe. Ich mach mal 15 Minuten dann können wir eine Garprobe machen dann schauen wir mal wie es aussieht. Mehr kann man immer machen und los geht's. Was ich noch gemacht habe ist ich habe beim Käse ein bisschen geschummelt. Wir brauchen 150 Gramm Käse. Den hätte man natürlich auch am Stück hier im Thermomix zerkleinern können. Ich habe jetzt Reibekäse genommen das geht auch. So unser Kohlrabi ist soweit gedünstet und wir können den jetzt erst mal zur Seite stellen weil wir brauchen den ja gleich erst als Trennscheiben für unsere Lasagne. Die Garflüssigkeit die heben wir auf. Füllen die um und kommen zum nächsten Arbeitsschritt. Eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen werden im Thermomix die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Dann schieben wir das etwas runter hier. Wisst ihr ja? Alles was da so oben hängt das ist so dieses klassische Zwiebel andünsten, Knoblauch andünsten. Runterschieben. Wir drehen in die Augen. 2 Esslöffel Öl dazu und dann 2 Minuten auf Stufe 2. Baromatemperatur mache ich da immer damit es ein bisschen schneller geht. Glasieren, andünsten. So weiter geht's. Unsere Zwiebeln, unser Knoblauch die sind angedünstet und jetzt kommt die Variante zu dem was in dem Rezept in unserem Forum steht. Da heißt es, dass wir das Hackfleisch in der Pfanne anbraten, das Zwiebelknoblauch gemischt dazugeben und das Ganze dann entsprechend eindicken lassen. komme ich gleich zu. Ich werde jetzt das Hackfleisch hier im TM5 dünsten. Ich habe das schon mal gemacht. Das ist natürlich noch mal was anderes, weil einfach auch diese Röstaromen fehlen. Ich finde das aber nicht schlecht und ich will euch einfach auch nur zeigen, dass es geht. Ihr könnt das natürlich auch ganz herkömmlich in der Pfanne anbraten. So 500 Gramm Rinderhackfleisch sind das und ich mache jetzt auch noch mal ein Esslöffelchen Öl dazu. Dann Pfeffer und Salz und 2 Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Das ist das Würzmittel der Würzmittel. So und das Ganze mache ich jetzt in Baroma, also Baroma Temperatur etwa 5 Minuten und zwar machen wir das Ganze jetzt auf Stufe 2. Und dann könnt ihr immer mit dem Spatel noch schauen, dass das so ein bisschen verteilt. Und dann lassen wir das mal so 5, 6 Minuten, 6 Minuten vielleicht eher als 5 einfach andünsten, ja. So unser Hackfleisch ist soweit fertig. Es ist jetzt natürlich nicht angebraten, sondern gedünstet, ja. Das sieht dann so aus, ja und ich halte das mal in die Kamera. Ich hoffe das kann man, kann man sehen, ja. Im TM6, der ja unlängst veröffentlicht wurde, rausgegeben wurde, soll man Hackfleisch auch richtig anbraten können. Man soll generell braten können und ich würde das auch gerne tun, wenn das Teil denn endlich mal da wäre. Aber ich werde wohl noch ein bisschen warten müssen und dann kann ich euch jetzt schon versprechen, werden wir das auf Herz und Nieren prüfen. Ob das wirklich notwendig ist was zu braten oder ob das nicht auch so geht, ja. Ich finde für eine Lasagne ist das völlig in Ordnung. Klar, Hackbällchen macht man so nicht, aber für eine Lasagne ist das vollkommen ausreichend. Wir machen jetzt noch eine Dose Tomaten hinein. Das sind gestückelte Tomaten und 200 Gramm, also das ist eine 400 Gramm Dose, ne. Muss ich dazu sagen 400 Gramm, weil das stand im Rezept jetzt auch nicht drin. Da stand nur Dose Tomaten und dann hat aber jemand unten drunter geschrieben, dass er 400 Gramm genommen hätte und dass das passt und so weiter und so fort. Das ist ja das Schöne im Forum, es ist ja interaktiv. Da solltet ihr euch auf jeden Fall anmelden, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn dort ist wirklich Deutschlands größte Rezept-Community was den Wunderkessel anbelangt. 200 Gramm exquisiten Frischkäse kommen jetzt ebenfalls hinzu und das Ganze, na jetzt hängt da die Hälfte drin. Wehe ich schlag jetzt den Löffel schon wieder ab. Ich hab da immer die... Wobei hier hätte ich es jetzt gekonnt. Das steht nicht auf der Waage. Ach irgendwas ist immer. Also das Ganze lassen wir jetzt nochmal auf kleiner Flamme rühren und so ein bisschen eindicken. 20 Minuten. Wie gesagt im Rezept steht auf kleiner Flamme, weil da wurde das Hackfleisch ja in der Pfanne angebraten. Kleine Flamme heißt für mich jetzt hier am Thermomix 60 Grad. Machen wir mal 25 Minuten und zwar Linkslauf Sanftrührstufe. Wobei ich jetzt noch einmal ganz kurz nach oben drehe, damit das einmal richtig durchgerührt wird. Wobei das im Linkslauf ja eh nur bis Stufe 4 geht. So und jetzt lassen wir es in der Sandfrührstufe mal eindicken. Bis gleich. So während das Ganze jetzt hier so vor sich hin köchelt, sollten wir den Ofen schon mal vorheizen auf 175 Grad. Ich mache das Umluft und die Auflaufform, die könnt ihr auch schon mal einfetten. Dann sitzt ihr nicht die ganze Zeit rum und tut nichts. Ja, was soll man sonst machen, wenn der Thermomix so für einen arbeitet. So unser Hackfleisch ist soweit durch. Nach 20 Minuten, wie gesagt kann man auch gerne etwas länger machen und jetzt wird geschichtet. Also wie gesagt, ich weiß nicht ob das anders aussähe, wenn man es jetzt nicht im Thermomix gemacht hätte in der Pfanne. Ich weiß es nicht, vielleicht probiere ich es zu Hause mal. Ich mache das jetzt hier mit einem... Man kann es auch kippen, aber ich will da ja nicht so von oben runter blottern. Und zwar eine Schicht Hackfleisch und dann kommt der Kohlrabi oben drauf. Ja, das verteilen wir dann einfach hier so, wie man das mit den Lasagneblättern auch machen würde. Dann kommt wieder eine Schicht Hackfleisch oben drauf. Das ist eine ziemlich große Auflaufform, die wir hier haben. Ich glaube das werden keine 3 Schichten. Die letzte Schicht sollte auch Kohlrabi sein. Also mache ich das jetzt einfach drauf, mache da noch eine Kohlrabi Schicht drauf. Ist halt jetzt so. Ja, dann können wir jetzt hier auch schön eng sag ich mal auslegen. Jetzt wasche ich den Topf kurz aus, denn wir machen jetzt noch die Soße für oben drauf. Brauch nicht sauber zu sein, nur so ein bisschen auswaschen. Die Soße geht wie folgt. Ein Becher Schlagsahne. Ein Becher Crème fraîche. Ein Esslöffel Speisestärke kommt da jetzt noch rein. Mal gucken. Oder nicht zu viel, das ist immer ein bisschen. So, das reicht. Also ist es nicht ganz glutenfrei, ne Leute. Weil in Speisestärke da ist ja auch Gluten drin. Ansonsten gibt es mit Sicherheit auch glutenfreie Speisestärke. Habe ich zwar noch nie gehört, aber heute gibt es ja alles. Ja, gibt ja fleischlose Würstchen. Warum nicht auch glutenfreie Speisestärke. So und das Ganze wird jetzt 10 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. Sollte das jetzt zu fest sein, haben wir noch den Rest von der Garflüssigkeit und können den eventuell zugeben. Aber ich glaube das passt. Schauen wir uns das mal an, wie die Konsistenz ist. Ja, das ist schon sehr flüssig. Das lassen wir auch so. Dann machen wir jetzt nicht viel mehr. Das gießen wir jetzt einfach oben drauf. Und zu guter Letzt der Käs. Auch ebenfalls oben drauf streuen. So und ich gehe mal davon aus, dass ihr genauso gespannt seid, wie wir hier in der Wunderkesselküche, wie das in 30 Minuten nach 30 Minuten 175 Grad Backofen aussieht. So Leute, unsere Kohlrabi-Lasagne ist nun 30 Minuten im Backofen gewesen. Ich hole die jetzt mal raus und dann checke ich mal, wie das schmeckt. Ob das an eine normale Lasagne rankommt, werde ich für euch jetzt gleich wissen. Also riechen tut es schon mal richtig gut. Farbe hat es auch schon ein bisschen gekriegt. Vielleicht hätte man es sogar noch ein paar Minuten länger drin lassen können. Aber das sieht, finde ich, sehr gut aus. So jetzt kommt das, was ich schon bei normaler Lasagne immer als das schwierigste Prozedere erachte. Nämlich das Portionieren. Mal schauen, ob das mit unserer Kohlrabi-Lasagne genauso kompliziert ist. Ja der Kohlrabi ist natürlich ein bisschen fester, ja ne auch nicht wirklich fester. Aber die ist schon sehr flüssig, die Lasagne. Was ich jetzt nicht schlimm finde, aber Lasagne ist doch eigentlich eher sowas, was man als fest hat. So wie so ein Kuchen, aber es ist schon sehr flüssig. Yo, guck mal gleich mal, ob wir das irgendwie noch ein bisschen schöner hinkriegen. Es geht ja jetzt erstmal um den Geschmack. Optisch grenzwertig. Grenzwertig würde ich jetzt nicht sagen, aber halt jetzt nicht das schönste. Ja, aber es geht um den Geschmack. Ne, geschmacklich ist das super. Ja, ist auch die Soße die wir oben drauf haben. Kohlrabi dazu. Ich schmecke jetzt, weiß nicht ob man einen Unterschied schmecken würde, wenn man das Hackfleisch angebraten hätte. Der Kohlrabi ist schön durch. Das ist natürlich das Wichtigste oben, die Käsekruste. Schmeckt wunderbar. Ist eine echt tolle Kombination. Kohlenhydrate reduziert, also bis auf die Speisenstärke eigentlich low carb. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt mit der Form, da bin ich jetzt noch nicht ganz so glücklich. Aber das kriegen wir irgendwie... Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich da hätte anders machen können. Weil ich habe jetzt nicht mehr Flüssigkeit drin als sonst. Schauen wir mal. Schmecken tut es auf jeden Fall sehr sehr gut. Ich werde das jetzt nicht aufessen, sondern genau so einpacken und dann der lieben Hannah, die hinter der Kamera sitzt mit nach Hause geben. Denn ihre Kinder, die lieben Lasagne. Meine Tochter liebt es auch, aber die ist kein Fleisch. Deswegen wünsche ich der Hannah jetzt schon mal guten Appetit und ihren Kindern auch. Euch viel Spaß beim Nachkochen und lasst mir ein Like da, wenn Euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, warum eigentlich nicht? Dann bitte jetzt hier unten auf den Abonnieren Knopf drücken. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder mit tollen Rezepten aus dem Wunderkessel. Tschüss und guten Appetit! Tschüss und guten Appetit!